auch passt herzlich willkommen zu meinem live stream jetzt noch ein bisschen weiter auf euch geht es mal gut was macht ihr so ich werde jetzt einfach die werden exakt machen weil sie die wft die wird schon mal bis zu tier 2 kommen und neue folgen weiter ballern ich habe jetzt nicht gesagt 12 folgen draußen schon mal weiter geht euch viel spaß ja oh So, ein bisschen weiter rüber stellen. Oh, scheiße, ich will jetzt, dass ich auf TikTok, was ich auf dem PC studieren kann. Danke, wirst du mir mal sehen, wenn das tut er weiter. Und dann geht's. So, die Naki, ich hab kein Blatt mehr. Ich bin auch auf Deutsch, wenn ihr so online kommen wollt. Silbernik, TVP Raider. Oh, ich war ne Böses. Oh, glührend. Ja, guten Morgen, oder guten Abend, besser gesagt. Okay, ist ein bisschen viel. Oh! Oh ... Was macht er ein Mann an? Was macht er ein Mann an? Hehehe Schuhe das jetzt ein Bichter an Geier durch glaubst du nicht Hast du nichts? Stahlbahn? Nein, nicht geschnittenes Eisen Moin moin Na, was geht ich zocke als jemand desto da aufzwitschen wenn ihr sehen wollt und wenn ich jetzt da die tausend voll auf voll habe und das genehmigt kriege werde ich auch gleichzeitig auf tiktok ausdrüben hoffe ich geht's gut ich bin auch auf deutsch unterwegs silvernik da seht ihr auch was ich gerade spiele da und dem wo geht es hier noch hoch da ging es aber auch nach oben ne ok dann machen wir den weg wie machen wir das jetzt am liebsten das sag ich doch geht auch das ist schon ein drittels guten morgen oder guten Abend ok guten Abend komm es geht auf. Bitte eine Pistole. Ich brauche eine Pistole. Leute. Normalerweise finde ich in jedem Spielstand persönlich. Am Anfang haben wir gleich eine Pistole. Aber nein. Rainer hat das mal kein Glück und hat das alles nicht auch gar gefunden. Eine Pistole ist ja Gold wert. Wäre das mal jetzt nicht schlecht, bei dieser Sitz gebaut die Pistole und den Revolker zu vergessen. Doch kein Mensch. Die Verbände. Da war noch irgendwas oben, oder? Was habe ich noch gesehen vorher? Genau, die weite Vorrede brauche ich noch. Die weite Rübersupplei ist. Da ist nichts drin. Ganz oben auf dem Dach. Sagen wir das doch. Weg da. Wieso ich da jetzt hochkomme? Muss ich mich jetzt erst auf den Leiterbau von den Scheiß. Spiel. Manchmal. So Aha, wer's heute findet Was können wir rausschmeißen? Bleib brauchen wir nicht Eisen brauchen wir auch nicht Aber genug zu Hause Oh 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 bei der andere ist die gute Stube und den Morgen hier bei mir Ja doch. Hat er zehn Jahre zum Bissen vorbei. In ja Facepatch. Nix dran? Achso, eine Tür. Und ein Pack zum Händler, würde ich sagen. Danke für das Diener, die mir jetzt hallo. Was geht? Ich hoffe, euch geht's euren Gut. Ich bin auch auf Deutsch unterwegs, wenn ihr zu schauen wollt. Zocker, 7 days to die. Hep, über die Brücke, nicht über den Fluss. Und, 2, 5. Okay, geht aus, Mann. Eck hier. Ja. Und nicht nur eine Xbox. Ich hab die 360 da, ich hab die Xbox One da. Zocker auf der Serious S. Ich hab so einen Gamecube da. Und einen N64, der leider nicht mehr funktioniert. Also schmeißt man einfach nicht weg. Danke für die Geschenke. Danke. 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 noch eine Pistole. Ja, auf das. Ich fahr seit zwölf oder zwei, seit wirklich zwölf Folgen. Es ist die zwölfte Folge von dem Let's Play. Ohne Pistole rundum. Nur dieser Pope liegen. So ist gebaden. Ja, die nur ist ganz gut. Die kann ich nur empfehlen. Es ist auch die Series S. Die ist super. Kann man nichts dagegen sagen. Ist sie vielleicht ein Polizeiauto? Gar nicht geschaut. Nope. Jetzt nicht. Jo. Mein Kater wird ja für Leute leider raus. Soweit ich gelesen hab. Dem geht's wahrscheinlich nicht so gut. Trampel hat da oben noch länger rum wie Schweine. Und viel Spaß, Alu. Und danke für die Geschenke. So, rechtzeitig zum Händler zurück. Und dann back to home. Oder back to base. Weiß ich, was der Wunsch ihm ist gelohnt. Oh, congratulations. Here's your reward. Sucker. Wie aufwertigungsprojekt. Ich geb dir gleich Sucker. Okay, cool. Hast du irgendwelche Personen mit Aufträgen? Den wollte ich. Erstmal back to base. Und dann... Würde ich mal sagen, ausleeren alles. Moment, bevor ich's vergessen. Mal ergänzt. Ich wollte dir noch was verkaufen. was ist denn? Ich weiß, dass der ein bisschen vieler wird hier. Was ist denn was? Na klar. Verkaufen wir auch. Weg damit's. Aber wieder merken wir dir. So, Mietum. Saß du an Waffen? Tag, 16. Was ist denn heute? Beste Son of a Bitch. That's all you're gonna buy. Wollen wir mal schauen. Zuhause haben wir noch was zu verkaufen. Bitte, Lasson of a Bitch. Ich lasse die Türe auf, damit die zu mühslich fressen. Und üfiger Scheisskerl. Halt. Heading back to base. Wo ist die base? Bien. Mast drive. Ah. Mietum, die 20. Danke für die Geschenke. Weil sowas recht immer nicht. Und wie gesagt, wie ihr zuschauen wollt, ich bin auf Twitch unterwegs. Weil ich jetzt die 1000 Followered voll habe, habe ich das für Twitch über den TikTok-Launcher oder Streaming, den wie auch immer das heißt, auch übertragen. Von Twitch denke ich nochmal, müsste es so gehen. Und wie geht es euch sonst zu? Oh, da können wir einen Albenbesuch bei der Albenwes wagen. Habe mich nicht gesehen, okay. Die erste Basis. Hier, die Ruckel ist auf die Xbox leicht. Okay, kann ich nicht mitnehmen? Aus welchen Gründen auch immer? Ich lasse mich einfach stehen. Äh, das Zeug ist egal, wobei ist der... Egal, scheiß drauf. Ich wollte hier noch was mitnehmen, genau. Die Kaffeesaube. Und das Zeug genau. Und, wenn wir gleich da sind... ...den Scheiß hier. Ich brauche mir nicht. Den Scheiß auch nicht. Den Einstirker mal wegschmeißen. Das Zeug in Holz auch. Ich muss noch ein bisschen weiter vorrücken. Und mein Handy ein bisschen drüber, wie man mich gescheit sieht. Wäre vielleicht nicht falsch. Den Dreck raus. Ich muss mir nicht auflaufen. Ah, bin ich nicht dabei. Okay, egal. Weil die die Mads mitgekommen ist. Das Zeug nämlich zu Hause am Flossen. Das Zeug ist auch schon was mit mir über die Nacht machen. Kann ich jetzt schlecht skip on streamen. Ich habe dir voll die Wegzug dabei. Egal, haben wir gleich. Gehen wir mal so mal Kaffee. So, bevor ich das vergesse. Ich muss doch auch noch Sachen drinnen. Genau, die habe ich gesucht. Den Hopfen, den Kartoffeln. Das, das. Gut, den Scheiß brauche ich mir nicht. Was haben wir hier noch alles drin? Das noch, das noch. Weil ich mich gerade nutze. Den letzten Blaseburg noch. Den fangen wir gleich an. Das fressen wir gleich. Oh, die Base hat mich auch mal so gut wie ausgeräumt. Back to Mother Base. Ja, war da ein Zornbomb. Weiter, was machst du? Das fressen wir gleich so komisch auf mich zu. Und tschüss. Und... Schade. Jetzt ist es aber auch nach Hause. Es wird dunkel. Ich muss nur kurz mal schauen. Wo noch ein... Der andere Stücke noch läuft. Moin Moin. Herzlich Willkommen im Stream, Zocker 7 Days to 3 auf Twitch. Vorher gerade zurück zur Basis, noch eine Questour. Ist das wieder nachgespawnt? Schade. Kein Lutzboden. Da auch nichts? Junge Herr, was lugern Sie bei meiner Basis rum? Und begleiten Spitzen? Hä? Er ist ein Hexer, Herr Prinz. Jetzt kann sie Wasser noch aussammeln. Was haben wir denn an der Ausrüstung? Genau. Den Jays rein. Das, das, das. Der ist weg. Jetzt mal leider auf die Seite, oder was? Auf die Seite dann gehört. Äh, Futter weg. Immer diese Soziulerei, Prinz und Weigel spielen. Er liebt's auch. So wie ich. Ich hab das falsch hingeremt. Tatsächlich. Hier hin. Jetzt. Wieder falsch. Da rein. Hier hin. Dann haben wir die 10 weg. Warte, den Rest holen. Ja. Nicht in die Spitze springen. Das wäre doof. ... Doch Juckes, haben brauchen wir was kommt weg. Egal, dann schweiß wir raus. Ja, so dann, wenn ich bei muss mit. Aber bin ich froh, wie ich das größere Bike und den Truck habe. Bin ich sehr froh daran. Wie gesagt, wenn ich zuschauen wollte, ich würde so auf Twitch sehen, der ist total. Viel zu viel Zeit dabei. Nein, das war wieder falsch. Das da und das muss rein. Genau, da soll es hier nochmal drauf. Noch weg. Den Mod wegpacken. Jetzt können wir langsam in den Ausbau kommen. Wir haben... Elektrischen Teilen ist noch weg, genau. Munition da rein. Schaut heute lang schon gut aus. Was ist das? Oh, massiv Munition gebaut. Sehr schön. Jetzt haben wir 300... 450... 600... 550... Idiot. 650... Passt. Na, auch da Munition. Wenn man zu dumm zu zählen ist. Okay, um das zu vermuss ich das und das noch rauben. Wir müssen definitiv nochmal... ...der Formington machen. So. Passt. Das Wasser auch ist. Ah, der muss auch noch raus. Okay. Das muss weg. Servus. Aufholke ist auch ein gut. Danke für das Like und danke für die Geschenke. Aufholke ist es. Das kann ich mit dem malen. Gibt's ja nicht. So, Gott sei Dank ist das da aus dir auf Twitch. Mit der Xbox. jetzt wieder auf die schmutzung, twp-rider da kommt rein ja langsam wird es doch wieder geiles aufräumen dich weg, dich weg, dich weg dich weg Jukazon können wir gleich drinnen lassen den Kaffee zuerst äh wo war das? hier 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 Ah ja, ich habe noch etwas gekriegt. Immer zweimal. Egal. Ja, dürfen wir gleich. Oh, Forge jetzt wieder. Ein Forge. Shopsticks. Bessere Sperre. Oh, Qualität 5. Sperr. Wäre eine Idee. Ich frage, was ich dafür brauche. Und hier monischen auf die Seite rein. Wir messen ganz kurz was drin. Munition zu Munition. Munition und Ausrüstung zu Ausrüstung. Ich habe mal die Pferde gemacht mit dem. Kein Problem. Schaut jetzt wieder besser aus. Wer ist da aus? Schmilzt nur Steine ein. Okay. Dann. Kriegst du jetzt was zu tun? Hörst du nicht über den Grunz? Was hast du zu tun? Oh, jetzt zeigt er aus. Ich gucke dir doch auch dafür. Dann geht es an den Ausbau weiter. Da muss ich irgendwas ausklappen. Ich werde es euch rein haben. Müsst ihr ihn doch dem hier umkriegenden Raumbach wissen können? Geht eh schnell, damit der Doof eigentlich nicht gesichert ist. Das rum ist egal. Das ist schon mal halbwegs abgesichert. Ah ja, die Basis ist ja auch umgebracht, hab mein Dachter nur gemacht, mein Protest. Schaut's hier drin aus, hier ist Pulver fertig, dann brauchen wir den Knopf, den Knopf und den Knopf, ein Munition, was machen wir für Munition? Ja, brauchen wir noch mehr. Egal. Jetzt den Manifektur schlussendem herstellen. Hauptzwege können wir uns erstellen. Werkzeuge, was für Stufe bist du denn noch? Oh, Stufe 2. Den brauchen wir. Der ist wichtig. Ernst? Ah, da ist was drin. Perfekt. Da geh ich mir in die Teile. Da ich machen mechanische Teile. Und, hier waren's. Was dame, wie war der jetzt denn noch, wo war? Man, ich will jetzt diese Pistole haben. Fehlt noch einiges. Ähm... Weilerholz? Der braucht noch Zeit. Zum Minotron. Das muss alles wieder weg. Ich baller mal hier rein. Jetzt hast du wieder noch ein Mods drin. Uh. Gehst du hier rein? So, dass du hier reingehst. Das ist das... Geht das in den Speer? Ja, geht in den Speer. Geil. So ein Stückchen stärker aufgestellt. Ha, die Quest 3 haben wir fertig. Sehr schön. Und wir haben noch zwei Fertigkeitspunkte freigeschaltet. Perfekt. Wo schmeißen wir die hin? Anfertigkeiten würde ich sagen. Okay, gehen wir in den Pfähler einen rein. Der Speer-Meister? Oh ja, der Eis nach morgen. Guck dir für was oder aus da? Helfer, ob da? Na, gehen wir Eis nach morgen. Passt. Heute ist Folge 12 auch schon so gut wie fertig. Muss ich sagen. Mal ein Zeug reparieren vielleicht. Dann haben wir ab Schluss. Reparatur. Also mal kurz doch reparieren. Passt das. Ja, dann sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ich habe jetzt mal eine Stunde gestreamt wieder. Mal 1000 Voller-Zuson kriegen. Wenn es jetzt bis zum nächsten Mal klappt, dass ich das... Ähm... Aufdeckt auch voll kriege. Die 1000. Was ich brauche. Dann werde ich zuerst ein paar Tage auf TikTok übertragen. Natürlich ohne meine Jagdfresse, wie ihr hier seht. Dann viel Spaß euch. Wünsche euch einen schönen Abend. Und danke fürs Zuschauen. Also mal kurz. Ich bin schon mal, irgen. Ja, das ist an der Tiefe auf dem верх. Und dann geht's auch mal. Ja. Und dann geht's. Ich hab mir gleich mal.